Willst du etwas alienes Subterfuge hinter dieser Verlust? Ich werde dich zurück schauen. Du wirst wissen, wo du mich findest. Genau. Du bleibst hier und stirbst einfach. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier gehe, ist ja etwas passiert. Oder? Okay, bleib da. Mach die Türe zu und alles wird gut. Oh. Muss weiter. Ich glaube, Link-Rechts-Klick kann ich schneller schießen. Und Zoom habe ich nicht, ne? Ich glaube nicht. Hier bleibt verschlossen. Hallo? Das tut gut. Ja, da ist... Jo. Die Waffen sehen viel realistischer aus und fühlen sich auch realistisch an. Ups. Scheiß Vieh. Ja. Rein, 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 rein. Auch die Rennanimation. Oh, okay. Okay. Wir machen das heutzutage. Wir machen das heutzutage. Und wieder rein mit dir. So, äh... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort einer drin ist. Ich bin es. Keine Sorge. Die Gefahr ist vorbei. Oh, dear. Ich glaube, ich habe mich angemacht oder in die Hose gemacht. Egal. Ähm. Bleib schon da. Um. Run along, Freeman. Ich habe ein bisschen... Sordid Business, um zu zu... ... Dann scheiß der weiter. Ah, ja. Ist er sicher? Was ist der? Oh, armer Typ. Der ist tot. Warte. Da kam er her? Okay. Dann müssen wir wirklich... Hier rein hopsen. Hopps. Ich habe gedacht, ich kann so seitlich vorbei. Das ist mein Tasten drauf. Ich glaube, das wird... Nass. Oh, ja. Äh, ich glaube... Was wäre hier? Täuscht mich mein Gefühl, oder? Nicht richtig. Hallo? Ja, ich bin richtig. Das ist nicht schlecht. Dusche! Lalalala, ich dusche mich. Ich weiß nicht, ob das wirklich Wasser ist, aber ich dusche mich. Ah, eine bessere Dusche. Das ist gar nicht shit, dass ich ausrutschen kann. Perfekt. Nur dieses Loading. Das nervt. So. Dusche. Tralalala Dusche. Äh, Dwayne. Oh, okay. Ich habe echt das Gefühl, dass passiert hier was. Ich kann es nicht mehr auseinanderfragen. Irgendwie war aber da was drin. Nur der gespawnt? Uh. Interessant. Ich glaube, das gab es bei Half-Life 1 nicht, oder? Ich habe den Luftschach noch nie gesehen. Oder ist das einfach nur ein Alternativweg? Weil das ist der Weg, den ich nehmen muss. Mal gucken. Was ist da unten? Ein toter Mensch? Mit Munition? Eine Tasse. Ein Videoplayer ohne Fernsehen. Läuft bei denen? Halt. Ich glaube, ich muss bestimmt hier irgendeinen Knopf drücken. Ah, das sieht auffällig aus. Für Aufzöge. Halt. 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 What the fuck? Da kommen Fische runter. Hallo? Hup. Oh, die fliegen einfach so weg. Oh, da kommen noch mehr. Oha. Ach, der ist schon tot. Oh, da war wegen euch Viechern hab ich das nicht gesehen. Ich will gerne wissen was da ist. Aber ich geh nur dahin, weil ich sterbe, ah, ich bin tot, was für ein Wunder, interessant. Komm, früher hab ich immer den hier gemacht. Es klappt aber hier nicht mehr so gut. Oder? Da muss ich noch die Technik dafür haben. Ich konnte halt so am Rand so ne Art surfen. Ah, okay. F7 ist, äh, Reload, da ist gut. F6 ist zu Elfen. Boah, das ist eigentlich scheiße, wer so nah ist da. Ich würde F6 drücken, F6 zu Elfen, dann drüge ich außer den F7. Das wär richtig kacke. Komm, ich hab jetzt... Boah, ich triff den nicht. Ich hab kein Aim. Oh, den hab ich getroffen. Oh, den hab ich getroffen. Nein. Hier kommt nicht mit. Okay. Oh, was hat sich gelohnt. Energie. 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 Und ich hab bedeutend mehr HP als davor. Also hat sich das gelohnt, hier hin zu gehen. So. Ich kann mal sagen, wir verlassen erst in der nächsten Folge hier den Raum. Bis dahin könnt ihr gerne Daumen nach oben lassen. Vielleicht ein Abo, wenn ihr mal stört, wenn ihr nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.